Hier sind wir jetzt im Sensima Hotel. Hier ist genau der erste Yachthafen. Hier drüben liegt Marmaris und der zweite Yachthafen ist direkt drüben. Ist total idyllisch gelegen hier, raumhaft schön. Glasklares Wasser, das seht ihr hier. Und hier unten ist der Gate, drüben eine schöne Sonne. Und hier ist alles komplett glasklar. Hier seht ihr noch das Restaurant.